In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Robotern geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das allahmetliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Urwärm, wie ein Computer programmiert, es geht kein Gerd sich dagegen, wer nur ein paar jubelige Sinn frustriert. Wenn am Himmel die Sonne untergeht, beginnt für die Bluts der Tag, in kleinen Wangen sammeln sie sich, gehen gemeinsam auf die Jagd. Hey, 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 hier kommt Alex, vorhang auf für seine Horrorshow. Hey, 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 hier kommt Alex, vorhang auf für ein kleines bisschen Horrorshow. Auf dem Kreuzzug gegen die Ordnung und die scheinbar heile Welt, zelebrieren sie die Zerstörung, Gewalt und Brutalität. Erzendriere, Opfer leiden sie, spüren sie Befriedigung. Es gibt nichts mehr, was sie jetzt aufhält, in ihrer gnadenlosen Wut. Hey, 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 hier kommt Alex, 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 vorhang auf für seine Horrorshow. Hey, 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 hey Kommt, ob die Stöcke oder die Steine, irgendwann platzt jeder Kopf. Das ist doch alles so, Mann, wenn jede Liebe dann noch verarmt. Warum hast du nichts getan? Nichts getan! Hey, hier kommt alles, vor ein Mal auf, für seine Horoschur. Hey, hier kommt alles, vor ein Mal auf, für ein kleines bisschen Horoschur. Hey, 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 hier kommt alles, vor ein Mal auf, für ein kleines bisschen Horoschur.